Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Übertrieben-Fresh. Ihr könnt den Kanal, den ihr schon abonnieren solltet, weil die Videos einfach Fred sind. Freunde, was geht ab? Mein Name ist BZ. Mein Name ist Emred. Und heute reagieren wir auf Hood Black mit dem Song. Pass auf, ich freue mich so krass auf diesen Song. Und das ist auch wieder so ein Song, ich hatte Ohrwurm, bevor ich überhaupt reingehört habe. Wegen TikTok, Instagram. Bruder, das ist Geisteskarriere, ja. Balla, da sind die Hörproben rumgegangen. Ich muss sagen, als ich das gehört hatte auf TikTok, habe ich auf nächsten Freitag direkt gewartet. Also sprich auf diesen, dass er released werden soll. Und Bruder, ich bin so gespannt auf die Kombi. Ich freue mich auch übertrieben und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht viel rum, Freunde. Ich bin sehr, sehr gespannt, was die Jungs gemacht haben. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch gerne auf Instagram folgen, die Links sind in der Beschreibung. Und produziert wurde das Ganze hier, wie gewohnt, von dem guten Schoki. Und ich freue mich sehr auf den Song, Freunde. Und ich würde sagen, wir gehen mal rein und gucken uns das an. Let's go. Okay, let's go. Ich bin gespannt, Walla, ich freue mich. Komm. Gib ihm. Ey, wie krass das Video schon anfängt. Also die Videos fangen echt immer episch an. Und weißt du, was ich mich gerade frage? Warte mal, guck mal. Hier, guck mal, die haben ja hier alles mit Folie gemacht. Warum macht man das? Das wird doch irgendeinen Sinn haben bestimmt, ne? Ich weiß nicht, ob das bei so einer Durchsuchung ist oder so, weißt du? Wenn da so alles beschlagen wird oder so, irgendwie so. Ich weiß nicht, ob es das ist, kann sein. Wenn nicht, dann beleidigt mich gerne. Nee, schreibt es mal gerne in die Kommentare, mich würde das interessieren. Oder einfach nur, weil es geil aussieht, so. Kann auch sein. Egal, let's go. Walla, mit Schlange und so. Krank. Bruder, wer hat das Video gemacht? Ey, das ist ja geisteskrank, Alter. Was haben die wieder gemacht, Bruder? Ah ja, Videoproduktion auch. Wie gewohnt, WSW Studios. Muss, Bruder. Crazy, Bruder. Ey, wie fängt das hier an, Digga? Ja, ja. Walla, stark gemacht. Der Block hat mir so gemacht. Meint, sie war hell an und trimmat sie oder mal. Selam und du ruf an. Für euch, bitte und zwei, so gehen, tot gegangen. Boah, walla, Jamal. Walla, Jamal. Walla, sing auf meiner Hochzeit, Habibi. Boah, wie geil fängt das an. Ich höre extra morgen heiraten, damit der morgen das singt kann. Tschüss, Junge. Walla, wie geil fängt das an. Stabil. Stabil. Warte, da stand was drauf auf dieser Tafel. Ach so, okay, das sind die Namen. Ja, ja, richtig. Stabil, Mali, okay. Sieh mich an, mit was machst du grad. Ich brauch kein Tal, ist man ganz alleine auf der Dunja. Nur Gott ist mein Bodyguard. Walla, mein Bruder, Basta, Hofhäuser, wie Freunde, sich hier gegen Seltsch beklauen. Du darfst dir keinem Vertrauen, der Teufel möchte überall mit und gibt dir, was du brauchst. Walla, mein Bruder, Basta, Hofhäuser, wie Freunde, sich hier gegen Seltsch beklauen. Du darfst dir keinem Vertrauen, der Teufel möchte überall mit und gibt dir, was du brauchst. Oh, Junge. Unter dem Bett liegt noch Stoff, yeah. Boah, Bruder, das ist krank. Ey, wie geil. Ich muss sagen, man hat ja immer wieder mal in so den Hood Black Songs die Stimme von einem Jamal gehört, so das Potenzial in diesem Gesang, so, weißt du. Und jetzt schöpft er das gerade so mehr oder weniger zu 100% aus und zeigt wirklich, was wirklich da drinsteckt, Bruder. Das ist krank. Ey, Walla, wie geil. Und die Pre-Hook ist bisher krass, Bruder. Ey, diese Pre-Hook ist crazy, Digga, was ist das denn? Aber, also die Melodie kommt mir bekannt vor. Ich glaube, Hava hatte auch mal so eine ähnliche Melodie umgesetzt. Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Ich bin mir jetzt auch nicht so ganz sicher, aber kommt mir bekannt vor. Wir hören nochmal rein. Oh, wie geil. Ich bin mir jetzt auch nicht so ein Jahr, für mich hier wohl in den Loch, doch unsere Wut, ja, sie kocht. Sie nehmen unser Dank, wir gehen nicht zu einfach den Kampf, doch kommt bald zu in all. Die Albträume wurden da. Oh, Jungs, die shit. Oh, Bruder, ich will schreien, Bruder, bei dieser, ich will mit, oh, ich will mitschreien, Bruder. Ey, ey, wie krank, Bruder. Das ist die geilste Hook von Hood Black bis jetzt. Bruder, von Jamal. Von Jamal. Ja, okay. Wie hast du von den Jungs gehört habt? Okay, beziehen wir von Hood Black. Steht da Hood Black im Titel? Ja, tamam, so. Geh mir einen, Hack, so. Aber krank, Bruder. Ich hab alte Bilder im Kopf, unter dem Bett liegt noch Stoff. Bruder, das kann man nicht oft genug hören. Ja, ja, komm, wir machen noch mal, Bruder. Ich hab alte Bilder im Kopf, unter dem Bett liegt noch Stoff. Ja, ja, ja. Ach, Donja, fühl mich hier wohl in den Loch, doch unsere Wut, ja, sie kocht. Bruder, der hat so ein Gefühl in der Stimme, das ist so clean, ne? Das ist heftig, Bruder. War da so schön und dann auch diese Transition durch die Brille. Guck mal, du siehst ihn hier schon, wie er jetzt von den Polizisten da steht. Das ist so eine, das ist so viel Arbeit, ne? Das ist so anstrengend, das sieht so einfach aus. Das ist so eine Schweinearbeit, Alter. Also hier stimmt alles. Ja. Wirklich stark. Sie nehmen unser Tageslicht. So einfach der Kampf, doch kommt bald zu hinall. Die Albträume wurden wahr. Boah, geil. Ey, nur so eine Frage so am Rande, ne? Ja. Gab es schon mal einen einzigen Song von Hood Black, den die so richtig verkackt haben? Nö. Oder der Song hat noch nie irgendwie reingeschissen. Ja, Walla, das stimmt. Die machen es völlig richtig. Also jeder Song, von Song zu Song gibt es immer eine Steigerung. Klar gibt es mal Songs, wo du sagst, ist jetzt nicht so krass wie der letzte. Aber jeder Song ist behindert, Bruder. Und der, ich könnte jetzt schon wieder sagen, das ist der krasseste Song. Ja, Walla, ist echt so. Könnte, ich habe auch das Gefühl. Aber nächste Release muss ich, ich muss den Satz aufsparen für nächste Song, weißt du? Sonst Bock nicht, Bruder. Das kann man bei jedem neuen Song bei denen sagen. Ja, hast du völlig richtig. Das ist krank. Hood Black mit Bobby Van Damme, habe ich jetzt schon öfter gesagt in Videos, für mich, die krassesten und auch die gehyptesten Newcomer zur Zeit in Deutschland. Silva kannst du auch noch dazu packen. Ja, ja, ja. So diese drei, weißt du? Auf jeden Fall. Oh, wie schön, ja, Walla, geil. Oh, Haltung Gorilla, geil. Walla, ich liebe seine Aussprache, das ist so einzigartig. Und dann, wenn er diese dreckigen Themen noch so thematisiert und dann noch mit dieser Betonung, das unterstreicht das so authentisch aus, richtig geil, Bruder. Aber er hat doch so eine dreckige Stimme, aber trotzdem, du hörst übertrieben gerne zu. Du willst wissen, was hat er zu sagen. Oh, geil, Digga, geil. Auf jeden Fall. Stark. Ich denke auch, das ist nur zwischen den beiden, ne? Weil der Song ist jetzt gleich noch vorbei. Aber, Bruder, ich muss sagen, die Combo passt wirklich bisher super, Bruder. Ja, ja, ja. So, wenn ich jetzt gerade daran denke, ich müsste eigentlich darauf hinauslaufen, dass Jamal dann wieder die Hook übernimmt, ne, mit der Pre-Hook. Ja. Bruder, dann mit dieser Dreckigen, Bruder, das ist doch krank. Das Eib, Bruder, das darf man so, darf man eigentlich nicht, Bruder, das Eib, Bruder. Ey, Bruder, mir fällt gerade auf, Walla, du hast recht, letztes Mal kam der Song Athena raus, ich hör den bis heute noch. Ja. Und der ist den Song, den werd ich jetzt auch weiterhin hören, bis der nächste Song. So, das ist es, Bruder. Ey, die Jungs machen krasse Songs, Walla, muss man einfach sagen. Also, das stimmt wirklich alles. Haltet Distanz, wir sind die Gefahr. Ey, Rohdolla, halt und Gorilla. Nack, nack, Koka, Junkie, Krieg, Fieber. Mein Ziel war Highlight und niemals ne Partik Philipp. Äh, hat du nie die Star. Walla, mein Bruder, pass auf. Er muss kein Rennen, den kannst wir gemein. Keiner sagt, bei Bullen hau uns, deshalb sind wir gefangen. Box euch! Alles für die Familia. Im Roller liegen, hasch ich, Black Gas. Alles für die Familia. Im Roller liegen, hasch ich, Black Gas. Stark. Boah, Bruder, das ist so, ey, Applaus, Bruder. Walla, geil. Jetzt schon, Jungs, wirklich, Prombs. Walla, beide Parts waren einfach sehr gut aufgebaut. Finde ich generell, der ganze Song ist richtig gut aufgebaut. Es wird nicht langweilig und das feier ich. Richtig. Weißt du, wenn ein Song immer sehr abwängstungsreich ist, dadurch lebt der Song. Auf jeden Fall. Weißt du, das macht Songs auch erfolgreich in der heutigen Zeit, muss man sagen. Walla, geil. Geil, geil, geil. Geiler Release. Und lass alles für die Familia, im Roller, den man sich nicht langt kann. Ich bin mein, hab alte Bilder im Kopf, unter dem Bett liegt noch Stampf, yeah. Ach du ein Jahr, fühl mich hier wohl in den Loch, doch unsere Wut, ja, sie kocht. Sie nehmen unser Dage, es ist so lang, war der Kampf, doch kommt bald zu einer. Andi! Hast du das Studio gesehen? Ja. Das ist das Anthrazit-Studio, ne? Von Raph, glaube ich. Ich glaube schon. Ja. Könnte sein. Digger, diese Stelle muss ich nochmal hören. Wo der Beat aussetzt, ne? Ja, wo der ganz nach oben. Boah, Bruder, was war das denn? Sie nehmen unser Dageslicht, so lang war der Kampf, doch kommt bald zu einer, die an Träume wurden wahr. Sie nehmen unser Dageslicht, so lang war der Kampf, doch kommt bald zu einer, die an Träume wurden wahr. Hey, wow. Hey, wow. Rauland Taleb oder wie der heißt, ne? Zicky. Ja, ja, richtig. Krass. Von vier Blocks, ey. Ja, ja. Ey, was war das denn? Boah, Bruder, das ist so heftig. Ey, Jungs, seid ja wallah krank. Ey, Bruder, ich sag dir so, wie es ist, ich hab jetzt schon ein Ohrwurm und Bruder, ich überleg gerade ernsthaft, auf diese Tour zu gehen, Bruder. Ey, wie krank. In Köln oder so, Bruder. Ja, wallah. Das ist doch krank, Bruder. Ey, Bruder. Ich bin ein Fan, Bruder, von Hood Black, Bruder. Ja, wallah. Das ist krank. Ja, wallah, sendet mal ein, zwei T-Shirts zu, wir tragen die bei den Reactions, so auf Fans-mäßig. Mit Unterschrift. Ey, nein, ich muss wirklich sagen, einer, wenn nicht sogar der beste Song von Hood Black bis jetzt für mich. Von den beiden so persönlich. Aber wie du sagst, das kann man nach jedem Release von denen auch sagen, weißt du, was ich mein? Sag noch nicht, sag nächste Woche. Sag nächste Woche. Richtig. Ey, Wallah, Respekt, richtig geiler Song. Hat unnormal viel Spaß gemacht, reinzuhören und schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Wallah, ich komm nicht klar auf diesen Song, ey, ist zu krass. Ich bin mal gespannt, ey. Wallah, zu krass. Und wenn es euch hier gefallen hat, lasst ein Like, dann lasst ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, Freunde. Let's go. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.